hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe der lego austrian news und zwar für die woche 46 vom 11 november bis zum 17 november 2019 mein name ist do the brick bird und wenn ihr diese woche in meinen lieblings lego store in der shopping city süd der scs bei fößendorf in der nähe von wien einkaufen geht bekommt ihr auch diese woche wieder ein tolles lego geschenk ab einem einkaufswert von 35 euro gratis dazu und zwar die 40 434 das creator reindeer nachdem wir letzte woche keinen blick auf die pappwolle geworfen haben heute wieder an gewohnter stelle natürlich der blick auf die pick a brick wall und die neuen teile die darin enthalten sind wie immer an dieser stelle werfen wir natürlich auch einen blick in unsere trafik dort gibt es seit letzter woche das letzte lego friends magazin für dieses jahr und zwar die nummer sechs mit olivias backstube und das lego ninjago legacy magazin nummer vier mit j und einem lascher diese woche am 12 november erscheint das vorletzte lego city magazin nummer elf für dieses jahr und zwar mit einem astronauten und einen rover sobald er alle zwölf magazine für dieses jahr haben also anfang dezember kommt das zweite review für das lego city magazin nämlich das jahr 2019 komplett in einem das war es auch schon wieder für die lego news dieser woche ich hoffe ihr hattet spaß abonniert doch diesen kanal hinterlasst doch eure kommentare darunter und wir sehen uns bei einem einer weiteren reviews die ab jetzt mittwochs erscheinen oder nächste woche samstag sonntag bei der gewohnten ausgabe der lego austrian news in diesem sinne eine wunderschöne woche noch euer dodo the brick bird so Untertitelung des ZDF, 2020